So, ähm, nun gab es leider technische Probleme. Mit anderen Worten, das Spiel hat sich einfach geschlossen. Aber keine Sorge, wir machen uns weiter, direkt. Ist das unser? Kaps, das Buch. Ach, da! Tornado! Ne, ich glaube, wir sind hier nicht abgestürzt. Das waren andere Goblins. Warte, warte, Tornado, Tornado, da ist er. Das, 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 das. Du siehst gerade oben rechts im Bildschirm auch das, was ich sehe, ne? Ganz normale Pferde, was hast du? Ich kann den Tornado steuern! Ah, da seid ihr, eigentlich. Geht einfach durch dieses Tor. Admiral Agner, erwartet euch. Ja. Uhu. Willkommen bei Battlefield. Siehst du aus der Vogelpessung? Komm mit den Reden. Wieso kann ich dir keinen Schaden machen? Du musst nur Null Schaden, keine Ahnung warum Benno! Benno! Ich weiß warum Warum? Dieses Schild, das ich habe Ja? Lock das Schüsse? Ja Leg es nie weg Nee Ich glaube jetzt auch nicht Wo gehen sie zählen? Oh Hallo Ich kann die Luftball fahren Ich kann ihre Vomark, oder einem schlafen ggak immer rutschen, auf Kiwi Rappö Rapp Oh Vlad Ach das waren wir wirklich, die der Bestütze? Ja Ich glaube schon Da! Die ersten Schnee-Ersten Schneeflock Der Winter hat dies Jahr einfach rasch Einzug gehalten Wobei, wir haben ja heute sogar Herbst anfangen, ne? Haben wir? Alles Gute zum ersten Herbst! Sie ist verschlossen. Es sind schlimme Zeiten. Oh, Leer. Eure Warnsicherungsschloss ist gewiss genau sowas. Seid ihr wirklich Zauberer? Nein, nein, los! Steigt mir einen Kartentrick oder sowas. Warte, ich hab einen! Ich bin so gut. HALT! Willkommen in Havendir. Leider kann euch der König heute nicht empfangen. Ich wurde gesandt, um euch in dieses Gastholz zu begleiten. Sehr seriös. Sehr seriös, wie die Tür da auf geht. Den mochte ich nicht. Weiter. Ich hätte gedacht, es erwischt mich. Nee. Ab in die gute Stube. Ab in die gute Stube. Ja, ich schlaf auch immer mit meiner 60. Ich schlaf auch immer mit meiner 60. Untersuch mal. Mit dieser Stadt geht das echt bergab. Oh, hier sind Kisten. Haben wir die Kisten? Die Hänge? Ach nee. Ich glaub wir müssen hier raus. Die Stadt wird belagert. Schnell zum Seil des Königs. Wo ist der? Schnell! 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 Sorry! Ja, er hat es geschafft. Das war nur ne Frage der Zeit. 1 zu 1 Million hab ich grad in dieser Herausforderung bekommen. Gut, ähm. Zauber nicht geeignet, wenn Gegner kleiner als Mitspieler. Merke. Fühlst du dich geheilt? Ja. Aber ich mein, so'n Donner Kai reicht ja aus, um mich zu töten. Ich liebe diesen Zauber, Donner Kai. Ich seh's schon. Wird es ihnen alle wegwurscht? Vielleicht sollte die M60 als zu stark angesehen haben. Nie! Ihr! Jetzt verstehe ich schon gut. Es ist etwas im Gange. Hexenmeister haben sich unter die Orken gemischt. Seid auch der Hut. Ich begebe mich zum Tor im Osten. In den häptigen Kämpfen dort werde ich mich bestimmt verbeißen. Ja, ihr müsst eurerseits zum König eilen. Wie du die ganze Zeit noch mal klickst. Tschüss. Ja, aber... Ah ne. Ein Heilstein! Hast du ihn gesehen? Oh nein! Der Stein der Weisen! Achso, das sind Vampire! Die angreifen. Koblenz sind Vampire? Guck sie an! Der hat den vorhin aufgefressen. Das ist eine Überraschung, sie ist verschossen. Ich weiß nicht, müssen wir hier weiter oder? Verschlossen, verschossen, verschossen. Ich weiß es auch nicht. Hoch, hoch! Ich habe das Gefühl, da geht es weiter. Oh Gott! Ich habe schon Glück gehabt. Ich habe gerade hier den Blitz gesehen. Warum sind immer alle Türen verschlossen? Ich habe gerade Sherlock Holmes bekommen. Hier muss irgendwo was versteckt sein. Ja. Schönen wir da durch. Vielleicht werden wir's auch schrecken. Nein! Wieso haben wir Sherlock Holmes bekommen? Hier? Gibt hier hinten? Ah, wegen dem Halmer. Den Guahammer. Den hatten wir schon mal. Aber ich verhalte meinen M60. Ich hatte schon gerade den Klicker drauf. Es ist eine Fahle. Siehst du, der frisst den auf. Ich dachte erst, du meintest die Menschen. Die jetzt entgegenkamen. Ich glaube, die ist ein bisschen zu stark. Quatsch. Hey, was war das? Ups. Ihr werdet den König niemals rechtzeitig retten. Da wir von Zeit sprechen. Zeit für euch zu sterben. Oh, er hat einen Donnerkall ausgehalten. Du hast es nicht gesehen. Ich werde keinen Blitz-Zauber eingesetzt. Du hast ein Heilschwert wieder mal. Ich bin tot. Du bist nass. Nicht sterben. Heil dich. Heil dich. Rätts Feuer auf dich und wiederbeleb dich. Äh, wiederbeleb mich. Ich muss ganz schnell meine M60 finden. Nice. Nice. Ein Donnerkall. Ich glaube nicht, dass ich den Stab nehmen sollte wegen dem Schild, sonst... Stab des Krieges. Ähm... Dieser Stab wurde speziell für den Krieg gefertigt. Er lässt den Träger ein bisschen länger leben. Passive Fähigkeit Körperresistenz Aura. Passive Fähigkeit verdoppelt die maximalen Trefferpunkte des Trägers. Aktive Fähigkeit Arcana Blitz. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Ich glaube, da mit dem Flammenschwert rum. Okay. Kontrollpunkt. Hm. Was ist da? Hm, hm. Sie ist verschlossen. Sie ist verschlossen. Müssen wir das löschen. Ah, Tutorial-Rätsel. Der Dorf Grinder hat die Mauer durchbrochen. Wir müssen ihn aufhalten. Da ist der. Auf nach der Freiheit. Gleich geht's. Tschüss. Tschüss. Können wir was ausprobieren? Das war mein Plan. Keine Sorge. Ich halte die Wellen von Untoten auf. Ich lösche dein Feuerschwert. Ich lösche dein Feuerschwert, genau. Was ist mit der Tür? Lass mich ran. Sie ist verschlossen. Hey, hier drüben. Die Straße ist komplett blockiert. Ihr müsst durch die Schanke, wenn ihr her wollt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Lust, sie zu löschen. Ja. Ja. Ey, hör auf. Ey, hör auf. Er hat das mal wieder geschafft. Er ist eingefroren! Du hast ihn... Alter! Schlag nicht mit nem Feuerschwert aufm eingefrorenen Gegner! Er hat ein Schild! Ich fäng den Scheiß. Die Schlöße war unempfindlich gegen das meiste, was ich mache. Sondern keine! Geht nicht, wir sind in einem Gebäude! Okay, das war... Das ist ein Fehler von mir in der Planung. Ich komm da raus! Machen wir dem überhaupt schon? Jetzt! JAAA! Einer der spannenden Kämpfe! Einer der spannenden Kämpfen! Ich hoffe, der Rote weiß geht! Schneller runter! Ich glaube, er ist tot! Ja! Ich kann ihn auch nicht mehr heilen! was ist das für ein buch feuersturm und das klingt ja noch schlimmer sollte immer aus okay ernsthaft das ist alles falsch ausgeführt wieder falsch ausgeführt ich habe auch dauerhaft geheilt was ist das für schaft? oder jetzt oder was ist das für schaft? Ich werde einfach hier wursen. Ich werde einfach hier wursen. Vollstum ist scheiße. Ich danke. Nein, nicht mehr flüchten. Hörst du auf, wie man wieder das integriert? Absturz auf den Desktop? Willst du's testen? Was ist das? Willst du's testen? Nee, dann geht wahrscheinlich das Spiel aus. Vielleicht. Richtig? Eins. Zwei. Drei. Ich mag den Zauber. Ja, ich seh's schon. Oh. Ich mag ihn auch. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Komm, er hat dir auch schon häufiger das Leben gerettet. Bleib einfach bei dir. Du kannst ja auch ein Elektrizitätsschild machen. Dann könnte ich dir keinen Schaden mehr machen. Mit dem Zauber. Nein. Nein. Vier mal A, ein mal E. Siehst du? Blitzsicher. Aber was darf ich jetzt nicht machen, wenn ich so ein Schild hab? Alles. Du kannst alles machen wie vorher. No. Checkpoint. Checkpoint. Hallo. Süße Überraschung. Sie ist verschossen. Die Orks haben den König in der Gewalt und die Türen vor ihnen verriegelt. Und als ob das nicht schon reichen würde, haben sie... Keine Ahnung. Glücklicherweise haben wir einen Siegfug aus Dunderhead erhalten. Schmerzpulver. Eine schöne, lange Lunte. Wir werden die Tür also aufspringen. Fox! Verteidigungsposition einnehmen! Formationsschildkröte. Oh, zwei. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Ah, der ist geschützt. Okay. Einer für uns. Ah, ich merke schon. Langsam Slowdowns. Slowdowns. Da zieht die los. Aua. Bist du tot? Ja. Ich glaube, du solltest lieber die M60 nehmen. Was ist passiert? Da war eine Bombe und ich wollte die M60 nehmen. Ich wollte eigentlich noch vorbei. Wie der Ork da steht. Äh. Ja. Hat der das gerade beschleunigt? Nein, ich habe einen Blitzschlag drauf gemacht. Glaub ich. Ich glaube, wir müssen reingehen, sonst kommen wir wieder. Komm mal. Ups. Die M60 nehmen. Jetzt muss uns wieder eine Goblin da rumpacken. Nein, Herr König. Ich werde sterben. Ah. Bedeutungslose Straßensauberer. Wollt ihr zusehen wie euer geliebter König stirbt? Nichts und niemand hält. Die Maschine hauus! Die Maschine. Wie er sich hinterm Thron versteckt? Oh ne ne? Down? Ne. Ich hab sie nass immer. Ah, verdammt. Meier, Wasser. Leer, Tassen! Ich hab versucht dich am Leben zu halten. Leer, leer. Siehst du den Ork? Siehst du den Ork? Du siehst immer meine Steine blockieren. Wieso müssen wir uns beeilen, ne? Oh, der heilt sich. Ich down ja. Toll. Einer ist weg von dem. Ach. Wo ist denn die Maschine drin? Hä? Der hat sich wieder geholt. Ich kümmer mich um die Maschine. Kümmer du dich um den Rest. Was? Näh, ich glaub das haben wir naher. Auf was schießt du? Mit Stein. Der mal auf die Maschine einwollt. Da wurde bis jetzt. Oh, nein. Also gleich die Maschine zu stürmen. Nein Herr König! Ich habe ein Déjà-vu! Ha! Heditigwies! Kann man eine Odir nadörr! DERMANUG! Wie kriegen wir sie am schnellsten kaputt? Darum mit Felsen werfen? DERMANUG! Schütz mich! Sitz! Warst du schon kaputt? Ja! Da muss ich mich wohl selbst drum kümmern! Ich tanke! Ich wollte erstmal sicher gehen, dass ich das irgendwie überlebe! Machen sie einfach nass und fielen sie ein wie ich sagen! Oh! Alle nass! Ich halte die Eis-Aura! Komm nur nicht zu nahe, sonst fährst du auch rein! Töte sie! Schuss! 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 Äh... Welcher ist noch in der... Nein! Ich sag doch komm nicht zu nahe! Ich sag doch komm nicht zu nahe! Ich sag doch komm nicht zu nahe! Gut! Soll ich den wieder ein? Ja, hier ist! Ab! Ein! Okay! Leckt ab! Ist es der? Ja, das ist doch der! Das ist doch der! Genau! Ach! 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 So geht's, wenn sich lästige Hexenmeister mit einem König anlegen, der Kriegsherr der Orks Kahn ist ein eher Kämpfer als Anführer der Armeen, ich würde niemals mit einem Gegenangriff rechnen, er würde niemals mit einem Gegenangriff rechnen, er würde niemals mit einem Gegenangriff rechnen, Hauptmänner rüstet die Armee, wir marschieren zum Frostjord Schlachtfeld, in den Krieg, Level geschafft. Oh, wir schlagen zurück mit der Stadt. Kahn zu besiegen. Zu wenigen Männern können wir keinen Sturmangriff auf Kahns Festung machen, noch dazu dieser Hexenmeister füge. Es wäre Wahnsinn, Wahnsinn, jetzt wo ihr es sagt, fällt es mir auch auf, wir sollten besser einfallen, naive Zauberer vorausschicken, um die feindlichen Linien zu schwächen. Ihr, ihr habt euch in Havidur gut geschlagen, ihr werdet die Ehre haben, unserer Armee einen Weg zu fahren, um das Blutvergießung auf Orkboden einzuladen, um euch im Alleingang zahllosen Kriegslüstern, Bestien und Überhexenmeistern zu stellen, um den Tod ins Anglitz zu schauen und zu lachen. Aber ich schweiche ab, wir stehen hinter euch, viel Glück auch. Tut es mir gefallen, stellt sich vor ihm, macht es Rechtsklick, hält es Rechtsklick gedrückt und lässt dann los. Ich hab ehrlich erwartet, dass da irgendwie was in Richtung 300 kommt. Das ist Magiker! Wie Garnium Liviosar! Gut, das sind dann auch die abschließenden Worte für diese Session. Werden wir Kahn besiegen? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich bin Marnadir und... Ich bin Fanonbeast. Und wir sagen, tschau! Tschüss! Tschüss!